Die No Angels feiern 20 Jahre nach der Veröffentlichung von Daylight in Your Eyes ein fulminantes Comeback, inklusive des neuen Albums 20 und einer ausverkauften Tour. Mit dabei sind Nadja Benaissa, Lucy Diakowska, Sandy Mölling und Jessica Wahls. Von Gründungsmitglied Vanessa Petru keine Spur. Via Instagram meldet sich Vanessa mit einem ausführlichen Statement zu Wort und erklärt, wieso sie beim großen No Angels Comeback nicht dabei ist. Wie einige von euch wissen, hat sich mein Leben seit der Auflösung der Band vor über 20 Jahren in eine andere Richtung entwickelt. Diese Entscheidung fiel mir nicht leicht, aber ich habe die Leidenschaft für die Musik nie verloren. Sie hat sich lediglich in eine andere Form gewandelt. Ich genieße es, Musik privat zu machen und meine kreativen Energien auf andere Weise auszudrücken, so Vanessa. Zudem betont Vanessa Petru, dass es keinen Groll oder Streit zwischen ihr und den restlichen No Angels gebe. Sie wünscht den Mädels alles Gute und unterstütze es von ganzem Herzen. Ende 2003 löste sich die Popstars Band auf. 2007 kam es zu einem Comeback, allerdings ohne Vanessa Petru. Nach dem Ausstieg von Nadja Benaissa im September 2010 traten die No Angels bis zu ihrer Trennung im Jahr 2014 zu dritt auf. Nach ihrem No Angels aus versuchte sich Vanessa als Solo-Künstlerin. 2014 gab sie an, nicht mehr in der Öffentlichkeit stehen zu wollen. Vanessa Petru studierte Psychologie und soll mittlerweile an der University of Southern California in Los Angeles tätig sein. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020